Grundsätzlich verspricht diese Partie Spektakel für die rund 900 Zuschauer im Altenbauer Sportpark. Schon allein von den Namen her, aber auch tabellarisch. Für die Spielvereinigung Unterhaching und auch für die Schweinfurter geht es eigentlich um nicht mehr viel. Da kann man frei von der Leber weg aufspielen. Zudem treffen hier mit Patrick Hopsch 19 und Adam Schagiri 22 Buden über einen Top-Stürmer der Regionalliga aufeinander. Bittere Kader-News heute allerdings für die Hausern in Rot und Blau. Stürmerroutinier Stefan Hain erlebt in Eltersdorf einen Kreuzbandriss, eventuell droht sogar das Karriereende. Damit aber jetzt rein in die Partie, die wirklich auch gleich spektakulär begann. Erster ernsthafter Angriff in der dritten Minute. Christoph Elig mit einem tollen Solo-Lauf, Flanke auf Florian Schmid. Mit der Brust abgelegt auf Hopsch und der lässt seine Torjäger-Qualitäten aufblitzen. Richtig klasse gemacht und damit die ganz frühe Führung für den Drittliga-Absteiger. Damit nun also Schabiri gefordert. Der 37-Jährige trat nach 10 Minuten erstmals in Erscheinung. Seine Kopfball-Ablage missglückt allerdings. Und weiter die Top-Stürmer im Blickpunkt. In der 15. Minute verletzte sich Hopsch leider so schwer, dass er raus musste. Spielerisch übernahmen in dieser Phase die Schnüdel, die bis dato auswärts noch nicht viel Furcht und Schrecken verbreiten konnten, das Kommando. In der 19. Minute lenkt Hausernkeeper Kevin Darmstädt einen Schabiri-Kopfball noch an die Latte. Den Nachschuss semmelt Tim Kraus dann in den Hachinger Nachthimmel. Die Gastgeber setzen nun auf die Karte Umschaltspiel. In der 29. Minute waren es aber mal die Schweinfurter in Person von Martin Thomann, die einen Konter fahren. Der Abschluss gar nicht so schlecht, aber Darmstädt ist da und pariert. Drei Zeigungen kriegen wir später dann auch mal Haching wieder vorne. Aber Elig verpasst hier den richtigen Moment für den Abschluss. Die letzte Szene vor der Pause in dieser unterhaltsamen Partie gehörte dann aber nochmal den Gästen. Thomann lässt aber auch seine zweite gute Chance liegen. Auch aus der Pause raus die Schnüdel auf dem Gaspedal. Wieder ist es der agile Thomann, aber diesmal steht ein Hachinger seinem Abschluss im Weg. Die Hausherrn lauerten jetzt fast nur noch auf etwaige Fehler der Unterfranken und in der 58. Minute wäre es fast so weit gewesen. Plötzlich bekommt Elig die Chance aber Schweinfurtskeeper Luis Zwick reaktionsschnell. Rüber wieder auf die andere Seite. Da fasst sich der zur Pause gekommene Christian Böhnlein einfach mal ein Herz. Zieht ab und trifft ultra präzise ins linke Untereck zum 1 zu 1 Ausgleich. Nur eine Minute später aber eine gravierende Schwächung für die Schnüdel. Yannick Schuster trifft da ganz viel Simons Kalatidis, aber keinen Ball. Schiri Wolfgang Haselberger zückt sofort rot. Das veränderte natürlich die Kräfteverhältnisse. Plötzlich auch die Hachinger Offensiv wieder präsenter. Der Wieselflinke Sandro Porta setzte das Leder nur ganz knapp am langen Pfosten vorbei. In der absoluten Schlussphase waren beide noch auf den Lucky Punch aus. Deutlich näher dran waren allerdings die Hausherrn. Aber es sollte nicht mehr sein und so endet ein richtig muntres Spielchen 1 zu 1. Schweinfurt war der zu erwarten schwere Gegner heute. Ich denke, dass wir heute ein richtig gutes Regionalligenspiel gesehen haben. Ausgeglichen. Wir haben zunächst das Glück gehabt, dass wir in Führung gehen konnten relativ früh. Das hat uns gut getan. Aber dann war es eine richtig gute Partie mit vielen Zweikämpfen, mit viel Tempo auf beiden Seiten. Und nach dem Platzverweis war es natürlich ein anderes Spiel, muss man sagen. Natürlich bekommen wir dann Oberwasser, haben dann auch die besseren Chancen gehabt, auch mehr Chancen gehabt. Aber ich glaube, heute dürfte es einfach nicht sein, dass er dann reinfliegt. Von daher müssen wir den Punkt mitnehmen, obwohl es gefühlt zwei Punkte heute zu wenig sind. Der einzige Vorwurf, den wir den Jungs machen können, ist, dass sie das Tor nicht eher gemacht haben. Dann nach 25 Minuten war mal so ein kleiner Cut drin. Da hat er in Haching zwei, drei Standards. Die haben wir dann gut wegverteidigt. Dann hatten wir auch danach wieder die Kontrolle. Und in der zweiten Halbzeit wollten wir es genauso angehen, dass wir einen Ticken geduldiger spielen, aber dann die Zielstrebigkeit Richtung Tor nicht vermissen lassen, machen folgerichtiges 1-1. Dann passiert so eine rote Karte, die man, glaube ich, geben kann, aber nicht geben muss. Dann ist natürlich ein Bruch im Spiel. Und dann muss ich meinen Jungs extrem viel abzollen, dass sie so eine Mentalität dann gezeigt haben, bei einer Mannschaft, die weiß, dass es im Sommer mehr oder weniger einen Ticken auseinander geht. Plus, dass es eigentlich um nichts mehr geht, dass sie sich dann so reinwerfen in jeden Ball und hier diesen Punkt sichern. Die Punkteteilung bringt tabellarisch keinen weiter. Schweinfurt bleibt dritter, Haching sechster. Aber alles nach allem war dieses Spiel allerbeste Werbung für die Regionalliga Bayern.